Ich freue mich, Frau Gabler, dass Sie so vernünftig waren und meiner Aufforderung freiwillig nachgekommen sind. Pure Egoismus. Ich will ja meinen Führerschein zurück. Ich bin hier verabredet mit Herrn Weber von Gisander. Also die Reservierung, glaube ich, müsste über Gisander gelaufen sein. Also laut schriftstechnisch könnte man auch denken, Zander. Herr Weber ist noch nicht da. Ich darf Sie zu Herrn Tisch führen? Oh mein Gott, das ist mein Chef. Ich habe einen Tisch. Das ist unumgänglich. Herr Weber sitzt immer da. Nein, aber bitte, 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 bitte. Sarah? Hi! Sie hier? Ja, ich habe hier ein Date. Das ist der... Just thinking. About one. Okay, I think I have to say sorry for what happened. I'm sorry. I don't believe you. Come on. Out front is our housewarming party. Your party. Ah, super. Okay. Dann ruf mich doch die Tage nochmal an und dann... Warte. Dann machen wir bloß aus. Ja, cool. Dann ruf ich dich an. Bis dann. Bis dann. Tschüss. Und? Volltreffer. Oh. Oh, oh. Oh. Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020